Ich brauche mir eh die ganzen Fische dann. Ähm, wer ein Fans dran hat zu lernen... Das wird hart, weil da sind Rampen bei den Metalltieren drum... Manni, oder irgendwer kommt jetzt und killt den Wolf, wenn ich in der Tür drin stehe, ok? Ja, ja. Das ist ein Game is Quasier, ich brauche es gerade aus Ihren. Oh, was ist das? Oder so? Willkommen! Hier, du Hurenviech! Kommt da noch mal was anderes, was ich vorhabe. Ist das auf dem euch, auf dem nicht dein Auto? Ja, ich. Ok. Erwin, gehen wir... Erwin? Habt da gar nichts. Was ist mit Erwin? Na, gehen wir noch mit mir looten oder so? Ah, ich leg das Zeug, leg das Sack nur ab. Ok, darf ich gehen? Mache ich... Willst du rein noch? Irgendwie da, Günter? Ja, ich war auf dich. Ja, passt schon. Ach, Messing-Gildorf ist jetzt, äh... The Crisis. Ja, das bin ich. Felix. Ich hab auch ne Waffe. Ich hab auch ne Waffe. Ich hab auch ne Waffe. Will dir jemand rein? Ey. Sag ich weg. Ich will keiner ran. Erwin. Also... Schlauchapfel. Ja. Lass uns später da was tun. Lass uns später da was tun. Mit den... Mit den... Denks meinte ich. Mit den Metal Doors. Lass mich mal jemand rein, bitte? Was ist mit den Metal Doors? Ja, lass uns das später machen. Bei Research Research... Du müsstest jetzt zuerst die Granaten machen, oder wie? Ja, dass wir erst dann durchspringen. Ja, das ist mir auch recht. Du müsstest erst gar nicht, ich geh jetzt Material informieren. Und mach mal bevor ich noch ne g'scheite Hatchet. Ich komm mit. Genau, mach gleich mehr g'scheite Hatchet. Äh, hab ich genug. Äh... 2 kann ich machen. Erst geklappen. Oh, ne dritte geht auch gleich. Da hast du ein Mädchen. Mach mal bitte die Tür auf, wo sind die Klingel? So, hinten auf der anderen Seite. Dingeling, 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 dingeling. Da bei dir kein Schädter ist offen. Beim Lieferanteneingang. Ja. Der Anteneingang. Hinter dir an. Es stehen ja drei Türen offen, oder zwei. Wir hatten das Essen in die Kiste, anstatt das Feuer daneben. So, jetzt steppert. Jeden Tag dasselbe. Habt ihr einen Schusses angeschitten? Habt ihr einen Schusses angeschitten? Ist ja wirklich da wie vom Bill Murray. Türs auf. Nehm teil. Zehn Granaten. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Sulfo. Wir haben kein Sulfo mehr. Ist das behindert, ey. Tür auf. Ja, falsche Seite. Mache jemanden Radio-Oberteil? Ja, ich bitte. Ich hab gar nichts mit Micha. Jetzt schreie nach allem. Du kriegst schon was. Das ist ja unglaublich, ey. Ja, der hockt die ganze Zeit zu Hause, geht nicht raus. Wer will das simpult lernen, am Ding, an der Page? Ja. Gib mal die Türke nennen. Okay, ja. Das hier, ja. Stabsgefreiter. Ja, ich mach. Also mit mir nimmer irgendwie das Zeug. Ich schieb hier auf rein. Ich hab nimmer halt keine Motivation zu spielen. Ich wissen. Dann auch gleich die Munition. Die Mune hab ich gelernt. Da schießt wer drauf. Ich will hier rein. Bist du rein? Oh, sie haben doch bitte einen End. Ich bin ja schon heißer. Warum ist der eine Ofen eigentlich aus? Warum sind beide Ofen aus da? Da ist Holz drin. Da ist Holz. Da ist Holz drin. Oh, oh. Da draußen ist der Gegner. Oder? Hat's von euch. Ich bin draus leider. Da ist Holz. Nimm ein Feuer. Genug. Ist ja überall Holz drin und der Ofen war einfach aus. Doch egal. Ich bin gleich drauf gekommen. Das geht schnell. Switch geht endlich wieder. Endlich. Wir gehen jetzt in ganz Zeit. Ja, ne bei mir war jetzt der Stream weg. Für gute 20 Minuten. Ja. Und jetzt geht das wieder. Also wir kommen zur Fall, als würde das einen Unterschied machen, was du spielst. Ob der Stream jetzt gut läuft oder nicht. Na, das ging gar nicht. Okay. Ich hatte ja in letzter Zeit nur noch Probleme. Das ist nur laden, laden, laden. Das ist furchtbar. So, wir brauchen Lederschuhe an der Bench. Einmal. Zweimal. Zweimal. Ich hab doch vorhin schon gerade auch gebraucht. Ja. Gibt noch. Okay. AT da? Nein. Oder? Radiosen. Hab ich. Ja. Noch mal hell. Radiosen. Einen Schein. Da ist ein Holo drauf auf der Pistl. Wer will eine P250? Ich hab die Bolt. Ja, jetzt kann's los sein. 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 Hier. Hier ist Modell. Warte. Wer baut denn für euch einen Stein ab, Leute? Wenn die Leute immer wieder rauskommen. Wir müssen alle da sein. Bunkrat oder komm her! Stirb nicht. Du nicht sterben, Dürr! Dürr! Wer ist ein Toni noch was? Da ist ein Toni noch was? Keinem, wir sind alles Ludolf. Ja, dann will ich Doni Ludolfes treu ein wenig. ich will eine mp5 haben zuwürgen nein ich will eine bold hoppen hoppigst du aber nicht sobald du nur schreist kriegst du keine du hockst nur im haus du faule sache der fortgranaten du Affenkopf Leute kommt mal eh nach raus hier steht eh noch ja wo denn? wo? komm ich mit? ja richtung felsen felsen sehe ich kein felsen da ist ein felsen da ich hab eine schottsgarten er rennt hier zwischen den felsen um jetzt hä? hier sind überall felsen achso links oder rechts voraus hier hat niemand was vor die füße gehauen ich hab dir die bold action vor die füße gehauen keine ahnung wo die jetzt ist bist du der hat der auf der bahn ich hab eine Ecke hier vor die Füße geworfen ich bin jetzt bin ich da der Hüft da wo sie immer etwas genommen haben ich dachte ich mein das ist schlecht gut gemacht nein ich hab mir die Witz geworfen ich will doch nur ärgern ja können wir bitte produktiv sein dass wir unter die Hütten drüber aufsprengen können dass wir Full Kepler haben können ja sagt's weiter alles was Füße hat alles voll schön ist die morgen ground farming gehen achso da ist meiner gib gleich zweimal lederhosen ja unsere Kackhütte bestes Haus design ever da kann man alles auf allen Servern reden was eigentlich hier nebendran wo's talking das ist das ist der der Aussichtsturm äh wir sind so ungefühlt ins Süden aus der linken Bergseite ich bin direkt bei euch gespunnt das ist fein das ist du hast dich sicher her teleportiert der Witzel hekt schon wieder mimi mimi Leute mach doch mal bitte jemand die Tür auf hm das hast du jetzt grad nicht gesagt, oder? wo kommst du denn her? da haben wir draußen zwei lederhosen in 15 ja ich will auch eine lederhose gibt's den Feiern die lederhosen aus du schießt da einer mit Pfeilbogen? ich nicht okay die Jedehosen sind fertig gehen mal zweimal dann mach mal eins wieder noch ich will auch ich will auch ich will auch ich will auch ich zuck ich will auch grad Schalldämpfer was ist auf der Polk? da ist aber jetzt nicht ernsthaft Schalldämpfer drauf doch da holt's mich verarschen wir schauen das muss nicht hinlachen ich will auch nicht behalten ich will auch nicht und 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 10 10 10 10 12 10 Ich hüpfe... Deiner Freundschaft, die Schicht einer von uns. Ich bin Schultz gegangen. Sollten wir gehen mal in die Richtung. Und wir einen rauslassen. Ich bin ich. Der Schuss mit der B-250 auf dem Stammtück und der Stierf ist. Kommst du, Jack, noch gerne? Ich komm. Ich hab den, der Stammtück. Füßen, der Stammtück. Nee, der Stammtück gehört zu uns. Nee, der Stammtück gehört nicht zu uns. Hab ich. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh, da ist der auch mal gekommen. Oh, das ist mein Loot liegen. Ich bin gleich da. Oh, mein auch, wenn er nur da ist. Ich hebe da grad von irgendwem was auf. Mit Pfeil und Bogen, wer war das? Das sind meine, das sind meine. Okay, das lass ich legen. Zeig mal, wo es noch mal sind. Wir sehen dir gleich da, oder? Das ist wirklich so ein Schlimmtschiff. Ich glaube, ich sehe euch schon. Ja, genau. Ich darf dich, ich darf dich. Da. Wo war denn jetzt gerade der Shelter, Alter? Da ist Deins. Ähm, ich weiß. Oder Dennis, wer der gerade kriegt. Ich, ich weiß, das ist ja. Der 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 ist ja. Dann, wer braucht jetzt das Animal Fett für die Explosives? Ich, Animal Fett. Welcher Loot als bist du? Der, Hans. und und auch und 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 um um und das leder machen ich meine von euch die auf jeden Fall ich hab ja welche auf die Wurm und die Klaue ich hab ja welche auf die Wurm und die Klaue also Leder brauchen wir auf jeden Fall da machen wir mal 200 Stück wer uns jetzt hier sind der macht den Weg ich bin hier vorne ey da rennt es weh auf der Straße rum da kommt es weg das ist echt von uns Hüpfel an der Straße oder sterben Mensch hab ich doch gesagt da wir sind da zu der Scheune rechten Zombies zuhause sind sie jetzt und zwar komm auf die Straße ich könnte euch hier auch voll Rad geholt werden du bist nur mit deiner Radifizist bist du das? oh alter wie der ankam nee hier einer von den anderen hat Klauele gelernt aber ich hab FIBO sortiert und das Metal Zeug wieder ein wie oft nachgefahren kein Metal Zeug versteh ich auch nicht das ist nicht das ist ein Rätsel was für Metal Zeug brauchen wir nicht? gar keines außer Fragments zwei Zombies wieder hinter mir ich kenne es aber du brauchst es das nicht wahr? genau kein Low-Quality Low-Quality so aber die ganzen Bau-Materialien aus Materialien muss die Häuser mitbohr aus so ja hier hier vorne an der Tür Kebler Westenshaus hier liegt noch eine äh Deadly ich danke dir ich komm mal auch ein bisschen aufs Zombiefeld ich will auch auf der Party hier was geil oder? wir kamen weder Helm vorne jetzt gar keiner? keiner oder doch ich Supergarten hier in der Bench 72 Leder 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 bewusst noch aufheben falls wir sterben oder nicht ja ja ah scheiße äh ich hab noch eine blaue Kiste gefunden Gäbler und Leder offen in der Westenswicklung wir hören wir eine MP5 hab ich nicht mehr hab ich nicht mehr hab ich nicht mehr und nee wir machen Gäbler nicht blöd spielt das noch einmal was tun also ja danke danke äh Herrgott Herrgott Wehrdruck wie im Wahnsinn wenn wir den kriegen muss der bei uns in der Nähe komm weiter weg 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 das irgendwo bei der Radtom bei der anderem Radtom und sogar beim schätzen natürlich ja komm wieder da drüber ja komm wieder da drüber oder da drüber